Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Hanlöse für nun Donnerstag, den 29. Februar 2024 und unser DAX hat sich zum Mittwoch etwas gestretched, hat ein bisschen Pause gemacht, bevor die Bullen hier die Bären weiter im Tütü tanzen lassen. Wir hatten gestern gesagt, dass wir, oder dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er hier erstmal wieder einen Tag zur Seite hampelt, dass das am besten reinpassen würde, um am Donnerstag dann nochmal oben ein bisschen rumzustechen, vielleicht auch den ein oder anderen rauszuhauen. Ich möchte zunächst erstmal den Tagesshot zeigen, der Tagesshot ist nach wie vor noch grün und wir sind außerhalb der Bollinger-Bänder, das heißt, das gilt das, was wir eigentlich die ganzen letzten Tage hier schon gesagt haben, oberhalb des Bandes hat der Markt die Möglichkeit, jederzeit Übertreibungsbewegungen einzusetzen, weiterzudrücken, weiterzuschieben, sollte man einfach mit rechnen, wenn da weitere hochkommt, dass da eben auch ein bisschen Zugkraft entstehen kann, sei das durch geplatzte Shorts oder einfach durch Käufer, die ein bisschen Bommel kriegen, dass da irgendwie ein bisschen Performance verpassen. Ja, ist ja noch recht jung, ich denke, da kann es sich keiner erlauben, komplett an der Seitenlinie zu sitzen, das heißt, wenn da irgendwie frisches Geld kommt, das muss dann erstmal an den Markt mit ran und so drückt es den natürlich etwas weiter nach oben. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, über Rücklaufmöglichkeiten, insbesondere auch auf die 4,60. Ich glaube, war nur im Premium-Dienst, dass wir um 5,60 auch gesprochen hatten, die eben ganz kurz vor dem kleinen Fenster relevant war, tatsächlich hat die schon gereicht, um den hier ein bisschen abzufangen und seitwärts zu schicken und mehr haben wir gar nicht gesehen, das ist eine relativ kleine Spanne gewesen im Vergleich zu den Vortagen, aber fast so ähnlich, wie ich es mir erwartet hätte. Ich hätte vielleicht sogar eine leichte Abwärts-Tendenz nochmal vorstellen können, dass jetzt wieder so wie hier, so ein Flaggenmuster oder Korrekturmuster, das aber leicht aufwärts zendiert. Eigentlich sagt man immer, dass sie bärig sind, aber das würde ich so handhaben wie hier, müssen dann halt auch unten brechen. Wenn sie nicht unten brechen, dann werden sie nicht aktiviert und wenn sie nicht aktivieren werden, können sie auch oben auflösen. Von daher bleibt der Markt jetzt mal weiterhin aufwärtsgerichtet, er ist noch im Aufwärts-Trend, da ist noch keine Verletzungen drin, wir haben noch keine Verkaufssignale. Könnte aber zum Donnerstag nun kommen. Ja, dafür ist er Donnerstag prädestiniert, da haben wir eine schöne Umkehr reinzubuchten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vorher vielleicht noch ein bisschen bereinigen oben. Man muss zeigen, wie weit er kommen kann. Interessant wird es ja wirklich, richtig interessant wird es ja erst zwischen 17.800 und 18.200 würde ich so im Bereich einordnen. Ich glaube, das ist so der Hauptbereich, wo die meisten K.O.s liegen dürften. Auch von denen, die hier eher swingen und länger halten. Da gibt es mit Sicherheit einiges abzuräumen, einiges wegzuräumen. Ist aber auch keine Eile gebunden. Das muss jetzt nicht morgen passieren. Am Donnerstag kann er nächste Woche vornehmen oder in den nächsten zwei Wochen oder in den nächsten drei Wochen vornehmen. Verlockend wäre es aber für ihn, da noch einzustechen. Vorher könnte er sich halt auch noch mal ein bisschen zurückrutern. Platz haben wir dahin weiterhin bis in den Bereich um 460, 470 hier, ja, bis 430. Das ist nach wie vor eine schöne Zone, da einmal aufzusetzen. Auch im Bereich um 500, ja, 500, 460, das ist eigentlich so eine schöne Zone, die man anpeilen könnte, wenn der Markt unter 560 jetzt mal abtaucht. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir unter 560 gehen, dass wir dann auch auf die 500 zurückfallen, auf die 460 zurückfallen. Dann würde ich hier sehr genau auf eine grüne Stundenkerze achten. Kommt hier nämlich eine grüne Stundenkerze, kann er vom Donnerstagstief dann auch noch mal locker, geht er bis an die 636 zurückziehen. Das würde er hinkriegen, das haben wir schon oft gesehen. Passt allerdings vom Wochenverlauf nicht so ganz in so eine starke Woche. Sowas sehen wir eher in einer schwachen Woche, die dann anfängt nochmal richtig auszukontern und den Freitag hochzuziehen. In der starken Woche sieht man es eher andersrum häufig. Dass der Markt erst nochmal nach oben sticht, oben dann irgendwo seine rote Stundenkerze setzt und von da aus dann nach unten abkleckert und mal wieder einen guten Satz zurücksetzt, nachdem er eben hier einen kleinen Short Squeeze gemacht hat. Ein paar Leute noch rausgehauen hat, so richtig in die K.O.s rein, oder nicht K.O.s, sondern in die Subloss reingetrieben hat. Und das kann hier, also ich würde es eigentlich für den Donnerstag jetzt erwarten. War auch so ein bisschen so angesagt. Auch Dienstag hat man es glaube ich schon in den Premium-Updates mit reingeschrieben, dass wir uns das gut vorstellen können, dass der Mittwoch dann eine Seite macht und das dann nochmal oben einen draufsetzt. Und dann erstmal wieder ein bisschen in den Rücklauf reingeht. Rücklauf würde ich schon weiterhin auch, selbst bis hier runter, 1760 halte ich für realistisch. Dafür muss halt irgendwann die 400, die 385 umgeklackert werden. Und dann müsste halt so ein Support-Niveau einfach brechen. Ja, Support-Niveau heißt in dem Sinne wir hier wirklich der Bereich 564. Das ist jetzt der wichtigste Support-Bereich, von oben kommt. Wenn der bricht, verweigert er letztendlich ja diese klassische Trendfortsetzung. Das würde gut reinpassen. Und wo könnte vorher noch hin? Wir könnten vorher noch hin bis zu 800. Er scheint mir jetzt so gesehen, aber ein bisschen viel für den Donnerstag verlangt. Wird wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich dann eher so im Bereich 680, 700 werden. Ja, vielleicht 720. Irgendwie so. Ich würde schon eher 680 bis 720. Könnte ich mir gut vorstellen. Da oben mal reinstoßen, schöne schnelle Kerze machen. Dann vielleicht sogar oben eine Flacke bauen, dass auch nochmal Leute richtig long reingelockt werden. Leute vielleicht auch ihre Shorts abbrechen, weil sie sagen, oh, der steigt gleich weiter. Und dann rote Stundenkerze und richtig nach unten umkippen. Einmal durchladen. Bis unter die 600 auch gleich am Donnerstag noch drunter und dann da unten irgendwie rausgehen. Schöne rote Tageskerze hinstellen, aus der man dann am Freitag auch noch ein bisschen Druck nach unten ziehen kann, wo dann schon alle wieder nur long gegenhauen. Das wird hier perfekt reinpassen. Das wird wirklich perfekt reinpassen. Und deswegen würde ich mich darauf einstellen. Das heißt, temporär erstmal noch einen Blick nach oben, aufwärts ein bisschen versuchen, noch Punkte mitzunehmen, wenn er denn sich über die 6.5 rausdrückt. Auch vom Bewegungspattern Intraday war es hier so ein bisschen wie ein steigendes Dreieck. Ja, die Auflösung nach oben hat schon begonnen. Pullback von oben drauf haben wir auch schon gesehen. Also stößt er sich jetzt weiter raus. Hier geht über die 6.20. Hätte durch das Zeug hier noch ein paar Punkte nach oben zu machen können. Er kann auch bis 17.800 laufen. Aber ich traue ihm das eigentlich zum Donnerstag nicht zu. Er kann das machen, technisch betrachtet ohne Frage. Ja, er hat hier nicht viel Widerstand drin. Das ist einfach so. Da auch Vorsicht, da hat gestern jemand, ich habe gestern gesagt, er hat oben keine Widerstände, an denen er sich schon mal die Zähne ausgebissen hat. Damit ist gemeint, er war da oben noch nie. Natürlich sind da Widerstände, egal ob über Diagonale oder Horizontallinien oder FIBO-Projektionen. Natürlich, das sind ja die Linien, mit denen wir arbeiten. Das sind Widerstände. Also da hat jemand nicht richtig den Satz zu Ende gehört. Aber vielleicht ging es auch noch anderen so, deswegen sage ich es nochmal. Wir haben Widerstände, aber da war der Markt eben noch nie. Ja, das heißt, ein Widerstand, an dem der Markt das erste Mal wieder dran rumreibt, hat eine ganz andere Wirkkraft in dem Moment, wo es auf einem Niveau passiert, wo er noch nie gewesen ist, als wenn das hier unten ist, wo er schon seit zehn Jahren die Zähne ausbeißt. Die haben viel andere Substanz, so eine Marken, weil sie einen ganz anderen Erinnerungswert haben, die Leute. Ja, wenn der DAX wieder auf 9800 fällt und 8900, das haben die Leute im Ohr, da findet eine Reaktion statt. Da kannst du Gift drauf nehmen halt. Aber da oben hier, kleineren Marken, das ist dann eher nicht so. Der Markt auch noch nie gewesen ist, hat er noch keine Erfahrungswerte mit und reagiert einfach schlechter dann an sowas. Das ist einfach so. Ja, aber was würde ich sagen? Wo haben wir ein Stinkgrip? Marken oben raus, Ziele oben raus, Support hier unten, keine Ahnung, ein bisschen Fahrten verloren habe ich, aber ich glaube, wir haben das auch alles gesagt. Also, ich würde weiterhin nach oben raus. Genau, wir haben gesagt, dass er auch die 17.000 erreichen kann zum Donnerstag, dass er das locker hinkriegen kann, aber ich gehe schon eher davon aus, dass er im Bereich um 680, 27 vielleicht umgedreht wird. Ja, Rote Stundenkatz werft und dann wieder Richtung 600 zurückkippt. Das wäre mein favorisiertes Szenario für den Donnerstag. Und vielleicht auch mal ein Pfeil reinmalen. Ja, in die Richtung so zu sagen, hätte hier nochmal das Potenzial wegzukippen. Und ansonsten haben wir halt oben Bereich 800 bis 830 mit dann nochmal Todestone, mit den ersten K.O.s zappeln und rackeln. Auch eine schöne Reaktionszone. Auch von dort direktes Potenzial nochmal auf 600 zurückzurutschen. Und dann wird es sich hier oben wahrscheinlich das erste Mal wieder eine größere Gegenbewegung gönnt. Na, das würde hier gut reinpassen. Und gehe eigentlich schon davon aus, dass es auch vor der 18.000 hier jetzt nochmal ein bisschen Gegenwehr gibt. Noch sehen wir es nicht, noch haben wir keine Signale dafür. Gehe aber weiterhin davon aus, dass es jetzt zum Donnerstag passiert, wie eingangs schon erwähnt. Und ja, Ziele haben wir die ersten auch besprochen. Lassen wir erst mal dabei. Gucken wir uns jetzt an, was macht ihr zum Donnerstag draus? Geht ihr überhaupt nach oben oder zieht ihr direkt nach unten? Wenn ihr nach unten zieht, habt ihr auch gehört. Bereich um 564, dann sehr interessant. Und Knackpunkt für Signalgebung ist da 400, 385. Die müsst ihr halt brechen, um da mehr draus zu machen. Ja, um auch den Gap-Kloß wieder anspeilen zu können und so weiter und so weiter. Das ist noch nicht passiert. Ja, dafür ist noch zu früh. Gut, dann mache ich hier jetzt die Analyse zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.